So, hallo Leute, eine neue Folge. Dieses Mal mal Duellrunden mit 2 gegen 2. Eigentlich wollte ich ja 1 gegen 1, aber wenn man nach 1 gegen 1 sucht, findet man nur gehackte Lobbys. Das schaue ich mir jetzt aber gerade mal an. Ich nehme jetzt gerade B ein, oder wie? Ich hasse es einfach nur so was von abartig, weiss ich auch nicht. Alter, weisst du eigentlich. Der mit seinem Thermalvisier auf dem MG hier. Wie schlecht kann man denn bitte sein? Alter, da ist auch noch einer. Boah. Wo ist denn die jetzt gespunnt? Da oben? Alter. Moment, Timo, die sind ein bisschen da gespunnt. War ja voll Sinnig und so. Ich habe es geflasht. Hoho. Oho. Jetzt bin ich hier mal wieder hoch, bitte. Oho. Darf ich hier diese Premium-Waffe spielen, oder was? Ich habe einfach fast wie ein Sniper als MG, oder wie? Spür, spür doch mal, wie schlecht seine Waffe einfach nur ist. Ja, sicher. Boah, Alter. Weisst du eigentlich. Ähm. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Boah, Alter. Ja, 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 ja. Boah! reminds mir. Boah, maude. Jeai cooperative. Ja. Es darf einfach nicht wahr sein. 29.12 So, eine neue Runde suchen. Moment, ach hier war es, Duell. Schauen wir mal, finden wir hier mal eine normale Lobby. Und? Nein, natürlich nicht. Weiß welches, wird wahrscheinlich rumteleportiert oder God Mode laufen Leute rum oder so, keine Ahnung. Ich sehe es ja schon kommen. Ich sehe es ja schon kommen. So. Fre-freie für alle. Freie für alle. Ich habe überhaupt keine Lust darauf. Nein. Duellenlisten, drei gegen drei. Meine Güte. Ja, ich mache jetzt nämlich die erste, als Morab, ja. So sieht es nämlich aus. Spiel beginnt. Ich mache jetzt mal den Team-Bismatch-Account. So, ich mache jetzt die erste, als Morab, ja, ja. Behaltung hier mal. So, was ist denn hier? Ja, wir sind mal lange brauchen, zum Connecten die ganzen Mongos. Das ist nicht dein Ernst, oder? Alter. Moment, ich habe so ein Radar, aber ich wollte gerade ein Flash werfen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Moment mal, ich schaue mir das nochmal an. Ja, 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 ja. Duellisten, zwei gegen zwei. Jetzt ist ein eins gegen zwei, oder wie? Hammer, geil. Was sind die denn jetzt alle? Alter, ich habe jetzt jetzt ein Team-Kameraden. Ja, oh. Ja, sicher. Boah. Ja, sicher. Sie ist ja zu zweit. Ich glaube, es ist ja gar nicht. Warte mal. Das darf einfach nicht wahr sein. Wo ist der? Hä? Moment mal, war der gerade da unten? Das darf einfach nicht wahr sein. Boah. Wird das hier mal? Darf nicht wahr sein. Woher die einfach immer wissen, dass ich da bin, gell? Das ist so. So, natürlich ganz zufällig. Walter. Schaut mal von diesen. Jesse, und so. Jetzt sind wir mal. Der lässt nicht da. Der lässt nur mal. Moment mal. Moment mal. Communitylisten. Was haben wir ja nicht? Mit 3er-Anspring-Zone. Communitylisten. Spielgelisten. Sammlung 4 Listen. Frei für alle. Machen wir nochmal kurz. Frei für alle. Natürlich, wir haben mal ein laufendes. Frei für alle. Was auch sonst. Hört man eigentlich gerade dieses Geräusche hier bei mir. Bei mir im Hintergrund. Da fällt gerade irgendein. Auto oder Traktor. Irgendwas da unten. Ja, mit dieser Terminal-Bug, dass der Ladebalken zwar voll ist, man die Geräusche schon hört, aber irgendwie trotzdem nichts passiert. Nicht alle Juggernaut sind gleich. Sehr gut. Mal wieder Premium hier. Es ist ja auch ein Spaß, das später alles zusammenzuschneiden, dieses ganze Stückchen, was ich aufgenommen habe. Hilfe. Ich glaube, nach der Runde mache ich jetzt aus. Also, jetzt noch auf mit aufnehmen. Und dann fange ich mal mit hier und so. Hier zusammenschneiden und so. Von hinten, boah. Ach, ich bin jetzt einfach nur Hass, äh. Gar keine Lust auf diese Waffe hier. Stehe da hinter seinem, hinter seinem komischen Ding da. Wo ist er? Alter! Gar nicht gesehen. Von wo schießt der? Koffer im Weg. Fingerfertigkeit. Fingerfertigkeit. Fisier. Haha. Das erkennt er jemand links unten. Und der rechts oben. Spazialistenbonus erhalten. schau mal was für ein stück ich erreiche jetzt finden das aber an zu entdecken hier oder wie verspannend als die breite als irgendwie auf mich gegangen wäre keine ahnung wie aber irgendwie halt wo Ich habe auch viel so langsam geschossen mit der M14, gell? Habe ich ja nicht, habe ich keinen, äh... Warte, ich habe keinen Kick. Soll ich mich vielleicht mal irgendwo hinsetzen? Was für ein Lacker bin ich eigentlich gerade? Da hat er noch jemand seine Reaper, alter. Wie leicht mit dem Spiel einfach sowas wie Reaper. Wenn wir doch Zeit bekommen wir den Lordstar nicht so schnell. Braucht, braucht es jetzt mit seiner Weide. Bis man einen Lordstar hat. Das war jetzt noch mal für die Aufnahme von heute. Dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Wir werden nicht vergessen. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Stimmen. forming コ ی Schnell Grant Mark Employ Z Po